Oh, wie schön. Wir wollen drehen und Svenja muss erst mal ein paar wichtige Nachrichten machen. Ja, Mama. Warte, ich hab's so gemacht. Hi. Nach vielen Monaten sind wir zurück. Hello. Nach echt vielen Monaten. Ich glaube tatsächlich in 7 Monaten, so waren es jetzt. Ja, müssen jetzt 7 sein. Heute nur ein kurzes Infovideo. Und zwar wollten wir einfach sagen, dass wir wieder da sind, wie ihr seht. Wir drehen allerdings heute auch noch 2 Videos. Und wollen es aber in Zukunft so machen, dass wir noch einmal die Woche ein Video hochladen. Einfach, um uns ein bisschen mehr auf ein Video zu fokussieren und nicht dann zweimal die Woche und alles ist nicht so richtig. Ja, vor allem weil wir arbeiten jetzt und nicht mehr unsere Ausbildung haben, ist es irgendwie, habe ich das Gefühl, noch stressiger im Sinne vom Zeitfaktor. Weil wir beide, ne bei dir nicht, ne. Aber ich bin auf jeden Fall jetzt länger arbeiten, als ich damals meine Ausbildung gemacht habe. Und deswegen, wir wollen nicht so, oh wir müssen noch ein Video hochdrehen. Hochdrehen? Schnell, schnell. Äh, hochladen. Sondern uns dafür auch Zeit nehmen und deshalb ein Video pro Woche. Wir wissen auch noch nicht. Wir müssen mal gucken. Wir werden versuchen, die gemeinsamen Videos auch immer hochzuladen. Und wir haben es jetzt so geplant, dass wir in einer Woche ein gemeinsames hochladen und in der nächsten Woche dann eins von mir oder Svenja einzeln da auf die Woche wieder ein gemeinsames und dann wieder ein einzelnes, sodass wir dann hoffentlich auch 4 Videos im Monat kommen. Ja. Ja. Dazu fällt mir gerade spontan ein, wir werden euch da mal eine Abstimmung machen, wann ihr das Video sehen wollt. Montag, Dienstag, Mittwoch. Da ist ja Freitag, Samstag, Sonntag. Ich glaube, so viel kann man gar nicht in die Gedanken machen. Ja, dann wir gucken mal, ihr seht ja da oben, wie die Abstimmung ist. Und wir haben gestern das Story über Insta hochgeladen und euch gefragt, ob ihr Fragen habt. Es sind nicht viele zusammengekommen, aber trotzdem wollten wir die natürlich beantworten. Ja. Und zwar einmal, wenn wieder neue Videos kommen, das haben wir ja quasi schon beantwortet. Also wir versuchen jetzt wieder zu starten und ja. Ja. Dann, wie es uns geht. Also mir geht es aktuell gut. Ja, mir geht es auch gut. Und ich bin nicht mehr auf der Insel. Ich bin wieder zu Hause in meiner alten WG und fühle mich hier auf dem Festland wesentlich wohler als auf der Insel. Deswegen geht es mir auch wieder gut. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zu der nächsten Frage, was sich in unserem Leben jetzt so getan hat, seitdem wir weg waren quasi. Ja, Svenja hat es ja schon kurz erwähnt und ich bin umgezogen. Wie ihr vielleicht auch im Hintergrund seht, das ist nicht mehr der gewohnte alte Hintergrund. Ja, in quasi eine andere Stadt, näher an meinen Arbeitsplatz und fühle mich hier sehr wohl in meinem neuen Wohnen. Ja, ich habe es schon gesagt. Ich war auf der Insel arbeiten, bin wieder hier. Unsere Ausbildung haben wir beide beendet und erfolgreich abgeschlossen. Ja. Ja. Wir können endlich... Richtig zu erwähnen. Genau. Und ja, da gibt es eigentlich gar nichts, glaube ich, groß weiter zu sagen. Ne, ich glaube auch. Also ich bin wieder in meiner alten Umgebung, schauen ja in einer neuen. Wir fühlen uns beide dort wohl. Und haben YouTube wirklich vermisst und freuen uns total, dass wir zwischendurch immer mal gefragt worden sind, wann denn endlich mal Videos kommen. Und da sind wir wieder. Ja. Und hoffentlich dann auch jetzt dauerhaft wieder. Ja. Ich würde sagen, wir beenden das Video ja auch schon direkt. Es soll echt nicht so lang sein. Es sollte nur einmal schnell, wo sind wir oder wo waren wir, wir sind wieder da Video sein. Und freuen uns, euch im nächsten Video wiederzusehen. Tschüss. Tschüss.